Mit dem Aufkommen des Panslavismus wurden seit dem Vorabend der Revolution in 1848 in verschiedenen Metropolen Mitteleuropas und Osteuropas sogenannte panslavische, panslavistische, oldslavische oder allgemeine slavische Kongresse abgehalten. Die Nummerierung dieser Konferenzen weicht voneinander ab, jeweils abhängig davon, welche politische Richtung zu ihnen aufgerufen hatte. In verschiedener Ausprägung auf faktisch all diesen Treffen wurde die Einheit der slavischen Völker debattiert, stets ohne echte Ergebnisse, aber beeinflusst von den z.T. rivalisierenden Vorstellungen der Anhänger des Austroslavismus, Traorismus, Panrussismus, Nioslavismus und so weiter, und verdrängt vom Streit um Verfahrens-, Tagesordnungs- und Abstimmungsverfahren. Die Slavenkongresse sind nicht mit den wissenschaftlichen Slavistenkongressen zu verwechseln. Liste der Slavenkongresse April 1848 in Wien Offizieller Vorsitz Ludovic Stur Mai 1848 in Breslau Juni 1848 in Prag Vorsitz František Palacki Dieser Kongress mündete nach der Ablehnung der Forderung nach der föderativen Umwandlung Österreichs in einen Bund gleichberechtigter Völker in den Prager Pfingstaufstand 1866 in Wien Vorsitz Agenor Goluchowski 1867 in Moskau Fyodor Dostoyevsky 1898 in Prag 1908 in Prag Thomas Gary Gümasaryk 1909 in Sofia 1910 in Petersburg 1942 in Moskau Vorsitz Josip Brutz Tito Faktisch aber Josef Stalin 1946 in Belgrad Josip Brutz Tito 1998 in Prag 2001 in Moskau 2005 in Minsk Regionalkongresse in den USA In den USA fanden weitere Kongresse slawischer Einwanderer Nordamerikas zustande Der Zusammenschluss zum Beispiel der Serben und Kroaten wurde 1915 in Chicago zugesagt Der von Tschechien und Slowaken 1918 Dann 1944 der gemeinsame Kampf aller Slawen gegen Nazi-Deutschland Zahlreiche kleinere Slawenkongresse dieser oder späterer Zeiten können aber nicht als panslawistisch old-slawisch oder allgemein bezeichnet werden